Hallo, ich bin der Michael und Schauspieler beim Theater Euketheia. Der Frieden liegt mir und dem ganzen Euketheateam sehr am Herzen. Ja, und für den Frieden, da brauchst du manchmal deine Ruhe oder an den guten Platz oder, Covinda, wie es hier auf unserer Karte steht, deine Freiheit. Und schaut mal, Covinda, da oben auf dem Berg, der fühlt sich so richtig frei. Ja, ich glaube schon. Oh, da kenne ich noch wen. Ja. Oh. Ja. Und ab. Oh. Wie wunderbar. Ja. Oh. Und wie herrlich ist es hier auf dem Berg der Freiheit. Den Sternen. Boah, so nah. Und so hoch. So weit. Hm. Niemand, der mir nicht zieht. Und niemand, der mich schiebt. Und ich fühle mich so frei. Hier kann ich alles in Ruhe betrachten. Oh, schön. Hallo, Jack. Ich habe da auch noch eine kleine Friedensbotschaft. Weißt du, so wie du Essen, Trinken und vor allem die Luft zum Atmen brauchst, braucht der Frieden die Freiheit. Das ist ganz einfach. Ohne Freiheit keinen Frieden. Das stimmt. Juhu. Ja. Und jetzt genießt die Kraft der Freiheit. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.